Jeder von euch kennt wahrscheinlich Alvi, der Typ, der letztens die 100k geknackt hat. Zwei, ey, komm schon, gib sie mir, komm, noch zwei Stück. Und der Tast! Ja! Ja, Digger! Und er hat letztens sein Format gestartet und zwar Finde den Pro. Finde den Pro geht es darum, dass ich live im Stream drei Custom-Runden hoste und die Gewinner von den jeweiligen drei Runden rausziehe und sie jeweils im Solo-Rusosquad antreten lasse. Ich dachte mir, dafür wäre... Du Hund, was macht mein Greenscreen? Du Arschloch! Und da dachte ich mir, da bin genau ich der richtige Kandidat dafür, um da mitzumachen. Du musst auf einen drauf springen und in den anderen töten. Oh mein, und jetzt musst du laufen. Und Alvis Reaktion am Ende war einfach super, super, super witzig. Oh, der Kribbel, oh, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut, Johnsy. Also schaut das Video gerne bis zum Ende an. Und wenn ihr auch gerne mal da live dabei sein wollt, dann checkt auch sehr gerne. Dann checkt auch sehr gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Das ist nämlich mein Twitch-Kanal. Und für den ultimativen Support könnt ihr auch sehr gerne CreatorCoJones hier eintragen. Hier sind noch alle Ehren-Supporter eingeblendet. Und einer von denen gewinnt auch am Ende zwischen 200 und 1000 V-Bucks. Und wenn du auch gerne was gewinnen willst, dann trag einfach CreatorCoJones hier ein und schick mir davon ein Bild auf Instagram. Aber jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfall. Das ist der Scheißdachs, denke ich. Verkauft die Scheiße. Nächste Runde. Wir gehen rein. 0-0-8. Wir haben es geschafft. Rinder, reinder, reinder. Wir sind bei Alvi im Format drin. Jungs, wir können es jetzt das Unmögliche machen. Wenn wir uns qualifizieren, Jungs, dann schepperts. Let's go. Zweite Runde. Wir sind drinnen. Die erste Runde hat Baljit 0-7 gewonnen mit unfassbaren 9 Kills, Chad. Wir haben wieder eine komplett volle Lobby. Gehen in die zweite rein. Wir brauchen nämlich noch zwei weitere für die letzte Finals-Runde. Let's go. Nochmal anstrengend, Chad. Man braucht keine Kills. Man braucht nur den Win. Das heißt, ihr könnt euch wirklich komplett euren Po abkämpfen. Das ist gar kein Problem. Wir gehen rein. Let's go. Wir brauchen die V-Bucks, Chad. Ich bin pleite. Aktuell läuft YouTube nicht mehr so. Aber wenn du daran weiteres Ende willst, kannst du auch sehr gerne einfach mal kurz diesen Kanal abonnieren. und auch mal die Glocke aktivieren. Das wäre super. Wen haben wir denn wieder hier dabei? Wir gucken mal ein bisschen. Queezy, Flo, Hannah ist wieder dabei. Helo, Frag ist auch wieder dabei. Wir haben Costa, by the way. Vendetta, Christian. Okay. Jonsi. Hä? Was macht denn der hier? Queezy. Mit dem Early Kill. Und Jonsi ist auch am Start. Jonsi ist in dieser Runde drin. Okay. Jonsi. Man muss hier keine Rapton killen. Man muss hier Erster werden. Schau mal. Schaut so aus, als ob man auf Controller spielt. So wie er sich bewegt. My friends. Let's go. Oh. Da Shepard. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, Chad. Wir müssen weg, Chad. Wir müssen weg. Alarm. Oh nein. Alvi hat dich gefunden. Was? Alvi hat dich schon gefunden, oder was? Ach, der Hund. Der ist einfach zu quick. Alvi sagt, du musst Erster werden. Ja, Chad, Digga. Das ist doch kurz klar. Wie läuft's? Ja, wir machen gerade bei Alvis Format mit. Finde den Pro-Chat. Da sehe ich mich halt auch einfach. Da bin ich richtig, Chad. Da wisst ihr. Da darf einer nicht fehlen. Und das bin ich. Ich bin dead mit einem Kill. Manu, alles gut. Ich bin auch noch drin, Chad. Wir brauchen halt einfach die Mets, Jungs. Ihr wisst, wie das Haze hoppelt, Jungs. Ihr wisst das. Ohne Mets kein Flex, sage ich immer. Deswegen müssen wir erst mal farmen und dann wird gefree-buildet. Du weißt nicht, wen bin ich hier anlegst, Junge. What? Moritz mit 10 Abos? Uh, Adrian. Das mache ich, wenn ich 10 Abos kriege, Junge. Ich hau Kinder kaputt, Jungs. Lasst mich in Ruhe. W ist in den Chat für den Big Moritz, Junge. Ich küsse auf dein Herz. Im Anschluss habe ich mich an die Worte von Alvi erinnert. Braucht keine Kills. Man braucht nur den Win. Das heißt, ihr könnt euch wirklich komplett euren Po abkämmen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Hey, griefe jetzt nicht, du scheiß Ding. Ist es dein Ernst? Okay, dich, dich, dich muss ich töten. Du Arsch. Da scheppert's. Und wir machen den ruhigen. Bei mir nicht. Jungs, das ist Content, Jungs. Schau dir an, wer da aufzart. Oh nein. Oh nein, Hengsli. Krasser Content. Ja, ja, danke dir. Da wir im Anschluss nicht mehr in der Zone waren, mussten wir natürlich da die Position wechseln und haben natürlich unsere Strategie aber nicht geändert. Wir sind das Auto. Das ist matchsparend. Das ist Effizienz. Das hat eine gewisse Würze, Jungs. So kann nicht jeder spielen, Jungs. Wir sind das Auto. Ja, ich und der Chat. Wir sind das Auto. Oh. 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 Nee, ich habe eine Krone. Hat die Krone mich jetzt gegrieft? Ich glaube, der sucht mich. Er denkt, ich bin im Busch. Wir sind Big Chillin' Chat. Er überfährt ihn. Nein. Nein. Ihr Hunde. Als Sache dafür, dass er uns gegrieft hat, wollte ich ihn eigentlich ein Auto klauen, aber dann ist Folgendes passiert. Nein. Wir sind Stuck Chat. Step, bro. Nein. 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 Oh mein Gott, Bruder, nur die Pfand, bitte. Oh mein Gott Nehmen wir noch 10 AP Not even close Oh die Smart Rotations chat Die Smart Rotations Jungs Von Big J Oh da will jemand high ground code testen Wer ist das? Das ist John Z Oh mein Gott Der ist ein bisschen wild unterwegs Wir gehen mal auf Johnson drauf Johnson kriegt jetzt hier einen dicken Hit ab Der muss sich jetzt hier einen Goldie reinpfeffern Gestern hat er sich für die Solo Äh Customs Äh für die Solo Customs schon Für den Solo Victory Cash Hat er sich leider nicht gecallt Eventuell macht er das jetzt hier In meinen Customs Oh Chat Das ist spannend Chat das ist spannend Macht es gut Hat doch noch ganz gut Mets Hat jetzt auch noch den Goldie Intus Top 7 Kostfrag mit dem Kill of Krübelmonster 3 Säger Säger Nein, ich zitter! Nein! Nein! Frag auf High-Ground, Big Jelly, dead an John-C. John-C gegen Frag. Er braucht den Goldi, er muss nicht ihn reinpfeffern, aber jetzt, ganz zackig. Oh mein! Oh! 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 Oh, der Kribbel, oh, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut, John-C. Uff, 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 da kribbeln mir die Finger. Oh, John-C, da kribbeln mir richtig die Finger. Das kann es nicht sein! Das kann nicht sein! John-C, kannst du offline gehen? Wirklich! Da, da, das, komm, auf geht's, offline gehen, kurz abwärmen, ein paar Kniebeugen machen, schlafen. Das war's. Da kann man in die Tonne treten. Was war denn das? Okay, wir werden jetzt auch aufgehen, aber bevor wir jetzt aufgehen, werden wir noch kurz aussuchen, wer jetzt eigentlich die Wiwax gewinnt. Und das wird sein... Luis Müller! Und wie viel wird er gewinnen? Das schauen wir auch direkt mal. 400 Wiwax! Luis, schreib mir in die Kommentare oder spreche mir im Stream darauf an, dann kannst du mir 400 Wiwax-Shop aus dem Shop aussuchen. Ich bin jetzt raus, check jetzt sehr gerne noch den Duo Cash Club mit der Challenge, wo wir 90. Platz hatten, ein insanees Video. Und check gerne noch gerne ab viele Divisions, die ich in einer Stunde von Bronze aufgestiegen bin. Das sind beide sehr, sehr coole Videos geworden. Ich bin jetzt erstmal raus, Jungs. Ich wünsche mir einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao!